Natürlich, jeder Trainer wünscht sich Neymar in der Mannschaft, aber wie gesagt, es ist mein Spieler, solange er in der Kabine ist, solange es ist zwischen uns alles gut und da sind wir sehr entspannt. Ohne Neymar? Nein, ich plane nur mit Neymar. Fußball plane ich sowieso nie länger als einen Tag, deshalb morgen plane ich im Training mit Neymar.